Das Wochenende steht wieder vor der Tür und das heißt für uns, wir präsentieren euch wieder die Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Wir starten mit Eishockey in der Regionalliga West. Unsere Eissportgemeinschaft Dietz-Limburg empfängt heute Abend um 20.30 Uhr Herford. Das Ganze findet in der Eissporthalle in Dietz statt. Weiter geht es am Sonntag mit Motocross. Zum 67. Mal finden die mittelreinigen ADAC-Geländefahrten statt. Los geht es um 8.30 Uhr an der Leiberg-Halle in Kempenich. Und am Sonntag haben wir nochmal Eishockey im Angebot, diesmal den Interregio Cup. Unsere Bären aus Neuwied empfangen Gäste aus den Niederlanden. Los geht es um 19 Uhr in der Eishalle Neuwied. Das waren sie wieder, unsere Sporttipps vom Wochenende. Seid dabei und bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.